Im nächsten Beitrag wird es sehr lasterhaft. Es geht um einen US-Truck, einen kleinen Truck oder doch einen großen Truck. Es ist der Dodge Ram 5,7 mit Hemmemotor vom Autohaus Steinböck aus Wien, Speisinger Straße. Dieser Ram hat 400 PS, eine Menge Drehmoment, einen permanenten Allradantrieb, einen hinterachsgetriebenen Antrieb und natürlich kann man das Ganze sperren und natürlich auch untersetzen. Wir gehen jetzt mit diesem Ram ins Gelände, auf die Straße und zur Tankstelle. Nun kommen wir zum Fahren. Schon das Starten ist jedes Mal ein Ohrenschmaus. Die ersten Meter im Gelände machen klar, dass nicht nur der Soundtop ist, sondern auch die Fahreigenschaften abseits der Straße. Dass die Kraft nicht in Rauch aufgeht, dafür sorgt das moderne Luftfahrwerk mit vier Programmen. Als Tester engagierten wir den vielfachen Offroad-Meister und US-Car-Experten Franz Brummer. Er ließ es sich nicht nehmen, gleich ins Gelände des Allrad-Trainingszentrums Wels zu gehen oder besser gesagt gleich zu fahren. Sein zufriedener Gesichtsausdruck spricht mehr als tausend Worte. Wir waren jetzt in einem Geländeabschnitt hier im Allrad-Trainingszentrum Wels. Ihr erster Eindruck? Das Fahrzeug ist sensationell. Für das, dass es so groß ist, bewegt es sich im Gelände super. Ich kann echt nur sagen, es ist ein Allrad-Fahrzeug für Gelände, Anhänger ziehen und ich denke auch in der Stadt ist er auch gerade noch tragbar. Obwohl der Dodge Ram, wie erwähnt, Punkte Zuladung schon fast auf LKW-Niveau liegt, geht es im Innenraum eher wie in einer Luxuslimousine zu. So bietet das hervorragend gedämpfte Interieur praktisch jegliche Art von Wohlfühlatmosphäre. Angesichts so vieler Talente könnte man meinen, der Dodge Ram Hemi V8 schwebe preislich in astronomischen Sphären. Auch auf diesem Sektor ist dieser Pickup den meisten annähernd vergleichbaren Mitbewerbern mindestens ebenso weit voraus, wie er auch länger als diese ist. So kostet dieses tolle Fahrzeug mit kompletter Vollausstattung preiswerte 52.000 Euro und ist vorsteuerabzugsfähig. Ein Tipp noch, wenn Sie nach Wels mit dem Auto kommen, passen Sie auf, wenn Sie in eine Parkfläche fahren, die auch vorgekennzeichnet ist. Das Fahrzeug braucht teilweise mehr als die eingetragene Parkfläche am Kaiser-Josef-Platz. Und die Welser Park-Sheriffs, die Damen, sind mit dem Bleistift oder mit dem Computer schneller als White Earp und Dog Holiday im Wilden Westen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017